Die YouCanDo-Redaktion hat sich das nagelneue iPhone 7 Plus angeschaut und wir zeigen euch mal, was dieses neue Supergerät alles so kann. Unser Testgerät ist schwarz. Daneben gibt es das neue iPhone 7 auch in Rosé Gold, in Gold, in Silber und in glänzendem Diamant-Schwarz. Das iPhone 7 Plus hat eine Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll. Das kleinere iPhone 7 hat übrigens ein 4,7 Zoll Display. Die Auflösung des Bildschirms ist Full HD, das heißt 1920 Bildpunkte mal 1080 Bildpunkte auf dem Bildschirm verteilt. Das iPhone 7 Plus sieht auf den ersten Blick aus wie sein Vorgänger. Es ist weiter ein Unibody-Gehäuse aus Metall, weiter gerundet. Es hat keine spürbaren Unebenheiten und ist auf den Seiten genauso glatt wie vorne und hinten. Auf der Vorderseite hat sich zuerst mal geändert. Der neue Homebutton ist kein drückbarer Knopf mehr, sondern jetzt eine kapazitive Oberfläche. Das heißt, sie ist nicht mehr drückbar, sondern regiert schon auf Berührung. Es entsteht ein leichtes Klickgeräusch, wenn man draufdrückt. Die Widerstandsstärke des Klicks kann man sogar manuell einstellen, je nach Bedürfnis. Oben sehen wir die Selfie-Kamera mit einer Auflösung von 7 Megapixeln und einer Blende von 2,2. Die soll sogar bei künstlichem Licht das Flackern reduzieren und so für bessere Selbstportraits sorgen. An den Seiten ist alles wie gehabt. Links liegen die Lautstärkeregler und oben der Schnellknopf, um den Lautlosmodus einzustellen oder wieder auszuschalten. Und auf der rechten Seite der Powerbutton und der Einlegeschacht für die SIM-Karte. Auf der Unterseite des iPhone 7 Plus ist weiterhin der Lautsprecher-Grill verbaut. In der siebten Generation bietet das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus sogar Stereo-Sound. Dafür ist hier ein Lautsprecher verbaut und ein weiterer befindet sich hier auf der Vorderseite des Geräts. Weiterhin ist unten der Lightning-Port verbaut und der Hype hat es schon angekündigt, es gibt keine Buchse mehr für einen 3,5 mm Kopfhörer-Stecker. Dafür könnt ihr in der siebten Generation einfach einen Bluetooth-Lautosprecher anschließen, wie zum Beispiel Apples neue AirPods oder über die Lightning-Buchse einen kompatiblen Kopfhörer anschließen. Alternativ gibt es im Lieferumfang auch einen Adapter, mit dem ihr von Lightning auf die klassische 3,5 mm Klinke kommt. Kommen wir zur Rückseite des neuen iPhone 7 Plus und auch zum absoluten Highlight des Geräts. Hier hat nämlich Apple eine Dualkamera verbaut mit gleich zwei Objektiven. Das einmal ein klassisches Weitwinkelobjektiv mit einer Blende von 1,8 und daneben ein Teleobjektiv mit einer Blende von 2,2. Daneben ein Raummikrofon und der klassische LED-Blitz. Wozu eine Dualkamera gut sein soll? Ganz einfach. Mit ihr und Apples neuem Portrait-Modus können Motive so eingefangen werden, dass sie scharf vor einem unscharfen Hintergrund abgebildet werden. Quasi ein echter Bokeh-Effekt. Außerdem schafft die Kamera des iPhone 7 Plus mit dem Teleobjektiv einen zweifachen optischen Zoom ohne Verluste. Digital schafft die Kamera einen bis zu sechsfachen optischen Zoom bei geringeren Verlusten der Qualität. Videos schießt die Kamera des iPhone 7 Plus in Full HD bei bis zu 60 Bildern die Sekunde und in 4K bei bis zu 30 Bildern die Sekunde. Eine weitere Änderung am iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Wer die Vorgänger kennt, dem fällt auf. Hier sind keine Antennenstreifen mehr verbaut, wo zuvor noch welche waren. Diese sind jetzt nur auf der Ober- und Unterseite eingelassen, was vor allem bei den schwarzen Varianten sehr elegant wirkt, da man diese kaum mehr wahrnehmen kann. Unter der Haube werkelt Apples neuer A10 Fusion Chip. Der ist bis zu 40% schneller als der Vorgänger A9. Daneben werkelt auch ein Grafikchip, der bis zu 50% schneller ist als zuvor noch. An internen Speicher hat unser Testgerät 32 GB zur Verfügung. Alternativ könnt ihr das iPhone 7 Plus mit 128 oder 256 GB Speicher kaufen. Daneben funkt es natürlich in 4G und LTE, hat einen WLAN-Adapter, funkt über Bluetooth, NFC und kann natürlich per GPS euren Standort orten. Auf unserem Testgerät läuft das aktuelle iOS 10.1. Das bringt unter anderem den Portrait-Modus für die Kamera. Insgesamt ist das iPhone 7 Plus eine gelungene und stimmige Verbesserung der Vorgängerserie. Uns gefällt der neue Home-Button sehr gut. Vor allem die Dual-Kamera schießt richtig prächtige Fotos. Und natürlich die neuen schwarzen Farben machen richtig Laune auf dieses Gerät. Untertitelung des ZDF für funk, 2017